Wie ist die Übung der Übung der Menschen? Und soll er dann versuchen, um die nachzuschlingen? Damit kann man leicht sagen, der Spanner ist. Vielleicht ist der umgekehrte Weg, das Spann Biege. Kann man sich jemandem überlegen, der überhaupt nicht so lexent, sich das vorstellt, dass jemand sein könnte. Und nochmal als schlechtes Beispiel. Das habe ich vorhin schon gesagt. Also bei dem Vorbild und dem, was ein idealer Mensch sein könnte, stotze ich ein bisschen an Grenzen, was diese Übungen sein können. Da gefällt mir schon besser die Übung Nummer 4. Kultiviere Philanthropie. Das Wohlergehen, andere zu fördern, hat nicht unbedingt was mit Geld zu tun. Sondern die Frage ist, wie kann man im eigenen Kreis, im Ängernkreis, für andere was tun, die Arbeit zu unterstützen, dass sie das erreichen können, was ihnen wichtig ist. Dass vieles im Kleinen passiert. Da gibt es aber sehr spannende Initiativen, zum Beispiel, die sagen, welche man kann die Welt verbessern und verändern, indem man kocht. Denn man sich gemeinsam zusammensetzt und eine gute Speise zubereitet und die genießt. Warum nicht? Das Wohlergil Musik 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 Musik